Wissen Sie, es gab eine Zeit, da hätte ich keine Fliege etwas zu Leide getan. Dann kamen die Borg. Sie machten mir eins klar. Wenn es eine Konstante in diesem ganzen Universum gibt, dann nur den Tod. Danach begriff ich, dass es wirklich keine Rolle spielt. Wir werden alle einmal sterben. Die Frage ist nur, wie und wann. Sie auch, Captain. Haben Sie nicht auch schon gefühlt, wie Ihnen die Zeit verrinnt? Sie ist wie ein Raubtier. Sie schleicht sich ans Jahr ran. Sie können versuchen, ihr zu entkommen mit Ärzten, Medizin, neuen Technologien. Aber am Ende wird die Zeit sie unerbittlich einholen. Sie wird sie erledigen. Es ist unsere Sterblichkeit, die uns definiert, Saren. Sie ist Bestandteil der Wahrheit unserer Existenz. Und wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich eine neue Wahrheit gefunden habe. Der Nexus? Die Zeit ist dort absolut bedeutungslos. Das Raubtier hat keinen Sinn. Und wo ist er jetzt? Ich weiß es nicht. Ja.